In diesem Abschnitt geht es um den Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, um seinen Namen, seine Abstammung, seine Lebensdauer und etwas um seinen Aufruf. Und das ist die dritte Grundlage, die Kenntnis über euren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er ist Muhammad ibn Abdillah, ibn Abdil Muttalib, ibn Hashim und Hashim ist von Quraysh, von den Arabern. Und die Araber stammen von der Nachkommenschaft Ismailts, ibn Ibrahim, der Frieden und Segen seien auf ihm und auf unseren Propheten. Er lebte 63 Jahre, 40 Jahre davon vor der Prophetenschaft und 23 Jahre als Prophet und Gesandter. Zum Propheten wurde er durch Lis, Iqara und Gesandter wurde er durch Al-Mudathir. Sein Geburtsort ist Mekka und dann wanderte er nach Medina aus. Die Zeit seines Prophetentums besteht aus zwei Abschnitten. Seine Zeit in Mekka und diese dauerte 13 Jahre und die Zeit in Medina und diese dauerte 10 Jahre. Frage ist er, aleyhis salatu was salam, der Frieden und Segen seien auf ihm ein Prophet oder ein Gesandter? Er ist ein Prophet und ein Gesandter. Zum Propheten wurde er durch Lis, durch Iqara, also die Herabsendung der Surah Al-Alaqa. Und zum Gesandten wurde er durch die Herabsendung der Surah Al-Mudathir. Ein Überblick über sein Leben. Der Aufruf bzw. die Da'wa des Propheten aleyhi salatu was salam war in der mechanischen Zeit hauptsächlich dem Tauhid und dem Wahlen vor dem Götzendienst gewidmet. Und dass nur Allah subhanahu wa ta'ala mit Recht angebetet wird. Der Aufruf in Mekka dauert 13 Jahre, bis ihm die Auswanderung nach Medina anbefohlen wurde. In Medina gehörte zu den Hauptlehren des Propheten aleyhi salatu was salam ebenfalls der Tauhid. Und zusätzlich alle weiteren Riten der Religion in Bezug auf bestimmte Gottesdienste, Verhaltensregeln und auf das Leben bezogene Themen. Derjenige, der über das Leben des Propheten aleyhi salatu was salam nachdenkt, stellt fest, dass er sein ganzes Leben bis zu seinem Tod dem Aufruf zum Islam widmete. Die Tatsache, dass der Prophet sein ganzes Leben zum Aufruf zum Tauhid widmete, ist eine klare Widerlegung gegen jemanden, der nicht den Tauhid erlernen möchte und die Menschen davon abhalten will oder behauptet, es genügen ein paar Minuten, um den Tauhid zu erlernen. Allah subhanahu wa ta'ala entsandte ihn, damit er vor dem Schirk warnte und zum Tauhid zum Monotheismus aufruf. Der Beweis dafür ist das Wort des Erhabenen. O du Zugedeckter, stehe auf und warne, und deinen Herrn den Preise alt den Größten, und deine Gewänder die Reinige, und die Unreinheit des Götzendienstes die Meide. Und halte nicht deinen Verdienst vor, und halte ihn nicht für zu groß, und ertrage standhaft alles für deinen Herrn. Und Surah Al-Mudathir Vers 1 bis 7 Die Bedeutung von stehe auf und warne ist, warne vor dem Götzendienst, also vor dem Schirk, und rufe zum Tauhid, zum Monotheismus auf. Und Allahs Aussage, und deinen Herrn den Preise als den Größten, bedeutet, verherrliche ihn mit dem Tauhid. Und Allahs Aussage, und deine Gewänder die Reinige, bedeutet, reinige deine Taten von dem Götzendienst. Und Allahs Aussage, und die Unreinheit des Götzendienstes die Meide, bedeutet, mit der Unreinheit sind die Götzen gemeint. Und mit Meiden ist gemeint, diese zu verlassen und sich von ihnen und von ihren Anhängern loszusagen. Dafür brauchte er zehn Jahre, um zum Tauhid aufzurufen, und nach diesen zehn Jahren ist er zum Himmel emporgestiegen, wo ihm die fünf täglichen Gebete zur Pflicht gemacht wurden. Dann betete er drei Jahre lang in Mekka, bis ihm die Auswanderung nach Medina anbefohlen wurde. Aus den Worten des Verfassers, er ist zum Himmel emporgestiegen, entnehmen wir zum einen zu den verborgenen Angelegenheiten, die uns der Prophet, a.s.w. Kunde gab, sagen wir, wir glauben daran, bestätigen diese und nehmen diese hin, ohne daran zu zweifeln. Und zweitens die Wichtigkeit der Pflichtgebete, da Allah gepriesen sei er, diese den Propheten im Himmel zur Pflicht machte. Und zweitens die Wichtigkeit der Pflichtgebete, da Allah gepriesen sei er, diese Wichtigkeit der Pflichtgebete,